Hallo, ich bin wieder da und erstmal, wo bin ich? Seht ihr mich? Natürlich seht ihr mich. Ja, so, okay. Ich gehe jetzt in die Arena. So sieht mein Team aus, habe ich eine Chance? Ich weiß es nicht, selbst nicht. Oh, mein Mario ist da mit 33, ist wahrscheinlich ganz mehr Flammy, das fällt mir jetzt erst auf. Okay, ich gehe. Ja, in den TAT-Traum, ja, die Tür muss ich öffnen. Hört sich ganz lustig an. Hm. Ja, vielleicht. Uh, Schwalbaus. Sehr gut. Mit Felsgrab. Okay, okay, okay. Das hast du jetzt mit deiner TAT bekommen schon? Nein. Die Dame ist noch nicht schneller. Oh nein, ich treffe nicht. Nein, nein, nein. Ich will jetzt dieses Spiel, was ich jetzt unbedingt ausnutzt, um zu trainieren. Das werde ich auch tun. So viel war, fast falsch gedacht. Flügel-Schlag. Felsgrab. Yo, Sänger-Initiative sinkt nochmal. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen wert, was ich hier mache. Aber egal, weil ich dann da und soll steifert werden. Einfach zu wieder rückzutrieb. Das fließt auch noch schneller. Na, was soll's? Na, eigentlich hab's erledigt. Na ja, na ja. Soll ich mich neuerkaufen nachher? Nein, nein, das ist jetzt nicht wahr. Das ist immer noch schneller. Das gibt's gar nicht. Nein, ich treffe nicht. Nein. Hier. Kann ich mir an Quid kommen? Ach, was soll ich mein ganzes Vortrag gehen jetzt aus? Wie? Och, das gibt's doch gar nicht. Wie schnell ist denn das Vieh? Ich rede dieses Vieh mit einem Sandern killen. Egal, wie lange das dauert. Ja. Ein Sandern ist eigentlich... Oh, er will jetzt voll... Er war wieder ausgerechnet. Ja, er ist wieder schneller. Aber ich... Sie gehen jetzt. Oh, das war ein Kampf. Da wird 22 für Sandern. Ja, das find ich genauso. Oh, jetzt soll ich jetzt schon in den Weg gehen? Aber ihr wisst ja, das will ich nicht. Tut mir leid. So, ich mach hier kurz Stopp. Ich geh nämlich ins Pokémon Center. Also, bis gleich. So, es geht jetzt weiter. So. Okay. Wo geh ich jetzt? Zeig ich mir einfach diese Tür. Raum der Verteidigung. Ach, was? Nee. Was haben wir hier? Raum der... Der Verwirrung. Von mir aus. Raum der Verwirrung. Okay, das wissen wir jetzt. Dann zeig ich's dir gerne. Panty, warum? Ja, ich hab's geahnt. Panty, das ist das verwirrteste Pokémon, was es überhaupt gibt. Es ist einfach nur verwirrend. Wie man hier grad sieht. Oh, shit. Verstöckst du deinen Fokus? Oh, ja, ja. So, Kombi ist natürlich nicht schlecht. Ha, ha. Nein, ich bin hier so gut. Ich versuch's mal wieder. Bitte, bitte. Nein. Bitte, Paralyse. Ja, ha, 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 ha. Das ist doch auf keinen Fall gelingen. Jo, kein Power. Gut, jetzt den Fokus von... Ach, Mann. Das darf nicht gelingen. Ich bin nicht mehr verwirrt. Kein Power. Jawohl, da kann ich angreifen. Oh, das war gar nicht nötig gewesen. Jo, ich bin ja auch nicht mehr verwirrt. Also muss ich keine Angst haben. Nein, Gertwe, bitte. Bitte, dass es keinen drankrengen. Nein. Oh, ich hasse sowas. Das ist ja dämlich. Dass ich ihn immer wieder treffe, kann ja auch nichts passieren. Aber egal. Ist sowas... So ein Trainer nenne ich... So ein Trainer nenne ich IP-Spender. Er will mir sagen IP-Spenden. Das ist ja nett von ihm. So. Vortreffung erledigt. Für eine IP. Ach, auch schon erkannt. Voll, der jetzt heute vergeht hier. Warum die Stärke von mir aus jetzt? Nämlich kein Rücksicht mehr auf den Langsamen da, damit ich hier... wo ich den nächsten Pater den Erinnerlärter machen kann. Sengo. 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 Okay, okay, okay. Mal sehen, was ich mit meinen Sander an den Damen richten kann. Schwertanz? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich versuche mal, seine Richtigkeit runterzuhauen. Schütze? Ich versuche, ich versuche es mal schnell zu erledigen. Mit eigenen Konten... Nein, nein, das ist jetzt nicht wahr. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ich habe einmal das Webel gemacht. Das sollten wir jetzt eigentlich nicht immer treffen. Nein. 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 Okay, okay, okay. Mein Meere hat eine gute Verteidigung. Achso, das kann mir weiterhelfen. Nein. Ja, was? Nochmal schrecktanz. Oh. Shit, Alter. Mich ist fikiert. Dann... Okay, ich habe so viel verloren. Schlitzer! Ich bin gefickt. Ich bin... Ja, sowas von den Arsch. Ich fass das jetzt gar nicht. Schlitzer, warum trifft ihr auch immer? Nein, 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 nein. Nein, nein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich bin doch sowas von den Arsch. Yo. Ihr habt besiegt. Und ich könnte die jetzt ausrasten. Das glaube ich einfach nicht. Ich schaue das jetzt nicht. Oh shit. Oh shit. Das war echt mies. Wenn ich mir so eng für ihre Wassers erst gehen, die Arina-Letter werden. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Duty-Tutum-Mar... Ne... Totale Blamage. An der Tupfie würde ich das jetzt gar nicht denken. Scheiße, was soll ich jetzt machen? Ich gehe nochmal rein. Den nehme ich mir später vor. Ich werde einfach die anderen Räume noch machen. Ich weiß den Raum der Verteidigung von mir aus. Hm. Ist wahrscheinlich wahr. Was weiß ich für ihren Fugmann hatten. Knütteljuf? Ähm, knütteljuf. Jo, eigentlich. Das... Wusste ja jetzt zu kommen. Hm. Verteidigung ist jetzt schon übermächtig. Naja, ich habe mich ein bisschen stört. Ich habe immer schon gern. Ich sage ja, ich bräuchte, ich hätte hier eine Kampferzacke gebraucht. Irgend. Eine Kampferzacke und sie sich von einem vier mit... Ha. Ja. Ja, bis noch noch mal. Ha. Ja. Ich finde das total witzig. Oh, scheiße. Das muss dir hier passieren. Egal. Wer hat diese EP jetzt bekommen? Mein Draster hat auch wieder kämpfen. Hat zu lange nicht mehr gekämpft. Ich falle zu Shukin eh so. Dann... Sollte es ledig sein. Okay, komm. Das ist wie kein Spookboy. Oh, shit. Nein, 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 nein. Ich feile in diesem Part sowas von. Das ist gar nicht möglich. Es gibt nur eins. Ich werde... Dann wieder trainieren müssen, was ich euch nicht zeigen werde. Das wird wieder sowas von ätzend. Das wird... Das wird... Total am Mist. Ich frag mich jetzt gerade, warum ich gerade den Eko benommen habe. Was soll's? Das ist wie das so ein paar... Das ist ein Paradies. Ach, bin ich dämlich. Ich bin total entfällt. Das ist jetzt nicht wahr. Ja... 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 Egal, das geht gleich dauernd. Die Punkte bekommt jetzt mein Grab. So, ich werde es versuchen. Bitte, Kids. Super. Super! Oh, jetzt macht es mir nochmal einen Eklag. Bitte. Ich würde nur ein paar EP spenden. Ach, das kann ich jetzt wohl vergessen. Ha, das hat sich selbst geklärt. Puri. Ich glaube, du bekommt doch die schon EP. Ne. Ne. So, komme ich hier nicht weiter. Ich werde jetzt wieder aus der Arena hier rausgehen. Und ich werde trainieren. Ich werde jetzt trainieren. Und wir sehen uns in den nächsten Plattern wieder. Ich hoffe, da kann ich... Habe ich eine gute Chance. Also, bis dann.